3, 2, 1... Ah! Ah! Ich hab's was gemacht! Ich hab's was gemacht! Ah! 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 Oh mein Gott! Wisst ihr was? Ich schlag auf den Tisch und wenn die Maus dann auf einmal angeht, dann ist es so... Digga! Ey! Was geht... Als ob du so aussiehst! Holy shit, Digga! Meine Haare sind in... Ich möchte kurz sagen, ich hab die Cappy angezogen, wegen meinen zwei Idolen, Papa, Platte und Hugo. Ihr seid nämlich die coolsten mit der Cappy Backwards. Das ist geisteskrank, wirklich. Ihr seid meine Vorbilder. Gut. Eldos?! ELDOS?!